Der Zona-Mikrofon mit der Vorstellung Quest, die heute online gegangen ist, benutze CB-Radios. Fünf Stück davon sollt ihr benutzen, dafür einfach mal dort landen, wo sich ein solches CB-Radio befindet. Und mit der Interaktionstaste könnt ihr auch dieses Radio benutzen, beziehungsweise werden dann Frequenzen abgespielt, die ich euch auch hier laufen lassen werde, damit ihr auch hört, was dort geredet wird. Also das Erste ist hier ganz links von Slappy Swamp auf dieser einsamen Insel. Wenn ihr von diesen Hütten nach unten geht, könnt ihr euch auch dort markieren. Dann fliegt ihr zur Wetterstation, das Ganze ist rechts von Craggy Cliffs. Dort hinter steht so eine kleine Holzhütte und dort hinter ist so ein kleiner Tisch mit dem zweiten Radio. Und hier ist eine etwas längere Funkfrequenz, die lasse ich einfach mal kurz noch laufen. Wer sich nicht den ganzen Funkfrequenz reinziehen will, der kann natürlich weiterskippen zum nächsten. Denn hier ist das dritte, ganz rechts von Steamy Stacks, hier stehen so drei weiße Container. Markiert euch da von denen ganz rechts, unterhalb der Insel, wo dieser gestrandete Johnny Sea ist und hört dort den Funk ab. Unser vorletztes TB-Radio führt uns über Steamy Stronghold, auch hier wieder eine Holzhütte. Diesmal unter diesen Stelzenbeinen einfach interagieren und schon habt ihr vier von fünf fertig. Dann geht es noch ab zum letzten CB-Radio und das ist von Weeping Woods. Hier seht ihr so eine kleine Erhöhung und hier ist ein Haus unterhalb des Teichs, dort einmal Landen markieren. Und dann habt ihr alle fünf Radios geschafft und diese Vorstellung fest auch gemeistert. Ihr seht schon hier, 24.000 EP bekommt ihr dafür. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, hat euch das Video gefallen, droppt ein Like. Wenn ihr neu auf dem Challenge seid, droppt ein Abo und wir sehen uns dann in den anderen Challenges. Haut rein, meine Freunde. Ich hoffe, man hört bald wieder von dir.